Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Adobe InDesign Basics und Tipps. In der heutigen Folge möchte ich euch ein Grundlagenthema nahe bringen und zwar geht es um das Feature der Spaltenspanne bzw. das Aufteilen einer Spalte in mehrere Spalten. Dafür habe ich euch ein Dokument vorbereitet, das ich euch auch auf meiner Website zur Verfügung stelle, könnt ihr euch runterladen um die ganzen, das sind nur ein paar Schritte nachvollziehen zu können. Ich werde das einmal als Dokument zum Download hinterlegen, so wie es jetzt ist, also unbearbeitet oder beziehungsweise ohne dieses Feature, das ich gleich vorstelle und dann in der fertigen Version. Okay, also ich zeige euch erstmal, wie das Dokument grundsätzlich aufgebaut ist, also das ist ein DIN A4 Format und ich habe hier einen Textrahmen liegen, der in drei Spalten aufgeteilt ist mit einem Spaltenabstand von 5 Millimetern und der Text, der hier drin ist, den habe ich formatiert mit sechs Absatzformaten, das geht oben los mit der Rubrik, dann kommt dir die Überschrift, ein Vorlauftext, dann der Absatz mit einer Initiale am Anfang und dafür habe ich auch das einzige Zeichenformat angelegt, das auch Initiale heißt und dann der ganze Rest ist mit einer Ausnahme formatiert mit Fließtext Einzug und hier unten, da zoome ich mal ran. Seht ihr eine kleine Auflistung und das habe ich mit dem Absatzformat Aufzählung realisiert. So, dieses Feature Spaltenspanne, das kommt jetzt zum Tragen, wenn ich innerhalb eines Textrahmens, der eben aufgeteilt ist in mehrere Spalten, Texte habe, die über zwei oder mehr, beziehungsweise über alle Spalten laufen soll, also zum Beispiel diese Rubrik hier, die soll hier über die gesamte, über die gesamten drei Spalten laufen, dafür gehe ich einfach hier auf dieses Ausklappmenü und wähle über drei. Und damit ist dieser Text, der mit Rubrik eben formatiert ist, verdrängt den Fließtext hier und steht eben ganz oben am Rand des Textrahmens und genauso mache ich das mit der Überschrift in dem Vorlauftext. Gehe ich hier auf das Pulldown-Menü und sage, die sollen jetzt nicht über alle und auch nicht über drei, sondern über zwei Spalten meiner drei, also meiner insgesamt drei Spalten des Textrahmens gehen. Die Einstellung könnt ihr weiter modifizieren an zwei Stellen, unabhängig, also da komme ich gleich noch zu, könnt ihr natürlich auch in den Absatzformaten hinterlegen, aber wenn ihr sowas schnell einstellen wollt, dann geht ihr hier mit einer mitgedrückter Alt-Taste auf das Icon von Spalten-Spanne, klickt da drauf und dann kommt ihr direkt auf weitere Einstellmöglichkeiten, also zum Beispiel hier, was der Abstand vor der Spalte und nach der Spalte sein soll, etc. Also das mitgedrückte Alt-Taste auf das Icon drücken, da seid ihr sehr schnell an den weiteren Optionen für die entsprechende Funktion dran. So, und wenn ich hier unten eben dran zoome an diese Aufzählung mit STRG 4, gehe ich mal auf 400%, markiere ich mir diese sechs Einträge, die wie gesagt formatiert sind mit dem Absatzformat Aufzählung und jetzt klicke ich hier wieder dieses Menü auf und kann jetzt hier unten auf anwählen, in wie viele Spalten diese Absätze aufgeteilt werden sollen. Also innerhalb eines Textrahmens kann ich einzelnen Absätzen sagen, ihr sollt jetzt euch nicht in der Spalte bewegen, beziehungsweise die Spalte soll weiter aufgeteilt werden, nämlich zum Beispiel in weitere zwei Spalten oder es geht hier sogar in drei Spalten. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen und setzt das auch ein. Ich finde es sehr, sehr praktisch, diese Funktion von Spalten, Spanne und das Aufteilen in Unterspalten sozusagen. Ach so, was ich vergessen habe, ihr könnt die weiteren Optionen eben auch in den Absatzformaten hinterlegen. Ich gehe hier mal in den Vorlauftext rein mit dem Rechtsklick und da findet ihr die entsprechende Option hier im linken Bereich unter Spalten, Spanne und hier könnt ihr dann weitere Modifikationen vornehmen. Also das entspricht genau den Einstellungen, die ihr hier über Altklick aufs Icon auch findet. Okay, das war's zum Thema Spalten, Spanne und Aufteilen von Texten in weitere Spalten. Viele Grüße aus Köln. Bis dahin. Tschüss.